Oh ne, nicht das schon wieder. Oh, scheiße. Achso, ja. Und das sind wir ja mal wieder, ne? Mit Let's Play Minecraft. Also, wie gesagt, werde ich ja erstmal die Videos alle heute und morgen hochladen. Weil ich ja zu meiner Mutter gehe, habe ich ja schon alles erzählt und so weiter und so weiter. Ach, Holzsteinax. Warum keine Steinspitzhacke? Mann! Oh, lecker, lecker Brot. Ich frage mich auch, auf welchen Schwierigkeitsgrad sollte ich denn spielen? Also, soll ich jetzt mit Gegnern besser spielen oder ohne? Das weiß ich jetzt noch nicht so. Hm. Hm. Das überlege ich mir jetzt gleich nochmal. Okay, also, ein paar Fenster werde ich mir auch einbauen. Aber, ah ja. Aber ich muss schon sagen, ist eigentlich schon ein richtig gutes Plätzchen, was ich mir hier ausgesucht habe für mein Haus. Da direkt in der Nähe vom Wasser. Und so. Also, viel Sand. Für die Fenster habe ich dann auch viel Sand. Hab's zweimal gesagt. Voll der Harte. Ne, nein. Also. Oh, mein Gott, Alter. Dieses scheiß Mikro rauscht immer, ne? Das nervt euch viel, viel, viel leicht. Jetzt verspreche ich mich auch noch mal von den ganzen Labern hier. Hab mich entschieden. Ich spiele jetzt doch lieber mit Gegnern. Aber erst, wenn ich ein Schwert habe. Also. Wo kriege ich denn jetzt ein Schwert her? Am liebsten ja jetzt aus Diamanten. Ne? Hab mir ein paar Juwelen drauf, ne? Und so weiter und so weiter. Ne? Da noch ein Präsentkopf dazu. Das hätten wir ja wohl gerne. Das wäre doch toll. Kriegen wir aber nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht mache ich auch Let's Plays von diesem Spiel. My Little Bastard. Ich finde das Spiel, ehrlich gesagt, sehr, sehr witzig. Also, wirklich. Davon mache ich vielleicht. Mal jede 20. Folge mache ich ein Let's Play davon. Von dem Spiel My Little Bastard. Davon mache ich mal jede 20. Folge ein Spiel. Ein Let's Play meine ich. Ich wetz... Scheiße, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen wollte. Also, Brot tun wir jetzt erstmal hier rein. Okay, die Steinachstelle... Oh, fuck. Jetzt hätte ich angerufen. Ich weiß aber nicht, wer mich jetzt gerade anruft. Wartet mal kurz. Ich... Mal kurz. Ja, was ist? Wer ist da? Ach so, Timon, ja, was ist? Nein. Ähm... Oh, scheiße, ich habe gar nicht auf Pause gemacht. Na... Hallo, Entschuldigung, dass ihr einen kleinen Teil des Gesprächs mitgehört habt. Da bin ich jetzt auch wieder. Also, ich möchte mich nochmal echt entschuldigen, weil der PC hängt ja natürlich. Und ja... Ja, das war's auch schon. Deswegen hat der jetzt nicht... Ist jetzt nicht direkt auf Pause gegangen. Ich wollte hier eine kleine, kleine, klebzikleine Aufnahmepause machen. Ja, und das hat natürlich nicht geklappt. Doch, es hat geklappt, habt ihr ja gesehen. Ja. Ich bin jetzt auch erstmal fertig. Hat auch nicht lang gedauert. Sollte... Ah, eine Truhe kraften. Wie sinnlos. Hm. Sollte ich mir noch eine Truhe machen? Ja, eine reicht erstmal. Eine reicht erstmal. Eine reicht jetzt auch erstmal. So viel haben wir jetzt auch am Anfang wirklich nicht. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal wieder nach oben. Und bauen das Dach weiter. Yeah. Ja. Okay, das Let's Play ist jetzt auch schon zur Hälfte wieder fertig. Das ist jetzt auch nicht wirklich toll. Ich hätte jetzt gerne weiter gemacht damit. Also es ist ein bisschen länger gemacht. Oh, wo habe ich jetzt hingebaut? Ach so. Da hin. Ich glaube, das ist jetzt auch falsch. Ja, das ist auch falsch. Oh, Mann. Was ist alles nur daran, dass der PC so hängt? Wisst ihr? Das ist alles eure Schuld. Äh, gibt doch nicht den armen Zuschauer nicht schuld. Die haben doch gar nichts damit zu tun. Doch. Sie schauen zu. Gesprächsthemen, äh, ja. Zeit fürs Thema Gesprächsthemen. Nein, äh. Wegen Gesprächsthemen. Schreibt einfach ein paar Gesprächsthemen in die Kommentare. Wieder. Ich kann bisher gar keine Kommentare. Ich habe auch nicht wirklich viele in meinem Video gesehen. Okay. Also ich frage mich. Oh ja. Und ich wollte auch mal so gerne. Einfach mal so gerne mal wissen. Was ist eigentlich beliebter? Also was findet ihr besser? Let's Plays? Let's Shows? Oder Let's Builds? Oder Minecraft Tutorials? Die werde ich vielleicht auch machen. Ihr schreibt es einfach in die Kommentare. Und ich werde es jetzt auch nur wirklich bei denen machen. mit den Tutorials, die auch wirklich keine Ahnung haben. Also, bei diesen schwierigen Sachen meine ich jetzt. Nicht, die überhaupt gar keine Ahnung haben. Das kann man ja bei Freunden nachfragen. Also, da ich ja schon Profi bin. Äh, Profi, ich bezeichne es seltsam. Profi. Ach, wie arm bin ich. Nein. Oh. Ja, also. Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr gerne wissen wollt. Also, wie man etwas baut. Ich mach dann ein kleines Video. Circa ein bis zwei Minuten lang. Und zeig euch, wie man das dann baut. Also, schreibt mich sowas auf wie, weiß ich nicht, eine Endertruhe oder ein Zaubertisch. Weil sowas weiß ich es. Also, eigentlich weiß ich das jetzt wirklich noch nicht. Ich weiß jetzt nicht alles. Ich hab jetzt auch kein... Kein... Also, bei Gegnern kommen jetzt auch keine Endermans oder so. Das ist jetzt einfach ganz normal. Zombies, Skelette und Creeper. Mehr nicht. Aber auf so richtig viele Gegner hab ich jetzt ehrlich gesagt. Auch kein Bock wie Skorpion oder so. Also, wenn da wirklich so viele kommen... Weil hier mehr... Also, wenn du... Wenn man den Creature-Mod installiert, da tauchen ja auch noch mehr Gegner auf. Also, ja. Egal. Oh, leer. Oh, das muss man mal weitermachen. Okay. Oh, Mann, hängt das Spiel, Alter. Alter. Hör mal auf damit. Ey, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Oh, nee, oder? Mann! Alter! Was hat der scheiß PC? Gott. Oh. Das Video ist jetzt leider auch gleich wieder fertig. Weiß nicht, ob ich es selber unterbreche. Oder es einfach automatisch machen lasse. Hm. Mal kurz überlegen. Oh, na toll. Jetzt regnet es auch noch in meine Hütte. Danke. Toll. Schnell das Dachfertigbauen. Lalalala. Das war mir das Dachstum. Schönes Schönes. Dachstum tut doch immer gut. So zwei Regeln. Ah, toll. Ist der ganze Boden nass. Mein schöner Laminatboden. Aus. Hm. Gras. Also, ja, ich würde dann jetzt auch wieder Schluss machen. Leider. Tut mir leid, aber ich habe ein anderes Video gefunden. Nein. Okay, also dann wieder Tschüss und bis zum nächsten Mal.